Hallo liebe Sportfreunde aus Villa Vital. Also wie immer stehe ich natürlich hinter meinem Freund und Villa Vital, Stefan Buben und seiner Frau Diana. Hier gerade bin ich in Paris, in meinem Garten, bin gerade groß am Kirchen ernten, wie ihr da seht, hier. Und natürlich sage ich natürlich für euch alle, die Zeit wird rumgehen und es wird bessere Tage geben und wir lassen das Training natürlich nicht sein. Wir trainieren immer fleißig weiter nach der Devise von Stefan Buben und Villa Vital. Fight on Jungs und hört auf euren Trainer. Ihr habt den Besten.